Oh jo, ein Träumchen! Guck mal, Schwarzcreme und so, das ist natürlich nicht original, aber es sind wieder die originalen Burstbacker drin von 1994, made in Korea. Made by Epiphone, das ist übrigens die Gitarre, ihr habt es gesehen, Schriftzug ist wieder ganz wo oben, also wirklich die Hälfte weggeplatzt war und so. Einen Freundschaftsdienst, so etwas zu rebuilden, weil selbst wenn man es bezahlen wollte, man könnte es vermutlich gar nicht. So, was kann diese Giefskande, was andere nicht können? Peter Frampton Alive ist der jetzt mal zugedreht, ja? Peter Frampton Alive ist der Gitarre. Peter Frampton Alive ist der Gitarre. Ja, so, ist aber alles klar bei der Gitarre? Im Übrigen sitze ich wie ein Geisteskranker vor einem 60 Watt Amp, der halb aufgedreht ist, mit mikrofonischen Pickups. Ja, also hier nochmal zum Beweis, ja? Ich kann auch reinsprechen, hallo, 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 ihr hört mich. Was bedeutet eigentlich mikrofonisch das? Ja, und für Recordingzwecke ist das allemal supergeil, ja? Ja, weil es geht um den Sound, ne? Und nicht irgendwie um Kopplungswagen. Außerdem solltet ihr euch mal mit der Greenie Gary Moore zum Beispiel mal live angucken. Der hat eigentlich immer Vollkette gefahren bis zur Kopplungsgrenze. Und deswegen hat er auch so einen fetten Ton gehabt. Und wenn er da mal genau hinguckt, hat er einen unglaublich schnellen Finger, um die Potis an und aus zu machen, quasi wie ein Schalter, ja? Also, das geht alles. Es ist natürlich wie immer eine Frage der Übung und der Technik. Righty, right. So, die Zeit läuft. Was kann ich noch sagen? Diese Gitarre ist quasi auch ein Einzelstück bei mir, wie so vieles, ja? Man muss da einfach mal eine Liebeserklärung abgeben, ja? Und so ist es auch. Welcome to the shop, motherfucker. Das ist ein geiles Ding. Wir haben meine amerikanischen Freunde darum gebeten, dass ich immer so ein paar Americanismen abgebe, ja? Damit die sich homisch fühlen. Home.